Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem 30-minütigen Badass Workout für Profis. Heute pushen wir unsere Leistung an unser Limit und ich sage euch, es wird anstrengend. Lasst uns aber, bevor wir starten, noch mal kurz gucken, wie das Workout aufgebaut ist. Selbstverständlich starten wir unser Workout mit einem Warm-up. Im Anschluss fahren wir zwei Belastungsphasen, die aus drei verschiedenen Songs bestehen. In der Mitte fahren wir ein Seated Flat. Dort könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr weiterhin reinhauen wollt oder eine Pause benötigt. Natürlich schließen wir unser Workout wieder mit einem Cooldown ab. So ihr Lieben, es wird heute extrem anstrengend und das ist so, so wichtig, dass ihr währenddessen eure Herzfrequenz im Blick habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich so wie ich mit dem MyZone-System trainieren. Dieses orientiert sich nämlich an unseren Farben und es ist angeglichen an unsere Workouts, was für uns wirklich perfekt ist. Falls ihr Interesse habt, schaut gerne noch mal in der Beschreibung vom Video. Da findet ihr alle Informationen zum MyZone-System und wie ihr eventuell auch in Zukunft mit mir trainieren könnt. Jetzt würde ich euch noch fix bitten, den Kanal zu abonnieren. Läutet die Glocke, dann verpasst ihr keine zukünftigen Workouts. Und wenn ihr möchtet und ihr sagt, ihr mögt unsere Arbeit, könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen. Einmal über den Super-Thanks-Button auf YouTube oder gerne auch über PayPal. Alles weitere findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, schnappt euch ein Handtuch oder zwei und ein Getränk und auf geht's. Auf geht's, ihr Lieben. Widerstand kommt dazu. Wir kommen in den weißen Bereich. Wir starten unser Warm-Up und haben eine Trittgeschwindigkeit von 90. Schultern schon tief, Ellenbogen leicht geruhigt. Drücken und ziehen. Rundertritt. Wir bereiten uns vor auf die anstehende Belastung. Und heute wird's ordentlich, aber es ist mega geil. Die Musik zieht uns dadurch. Tap, 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 tap. Vier, drei, zwei, eins. Wechseln die zwei. Tap, 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 tap. Sehr, sehr gut. Konfrontiert deine Herzfrequenz. Noch im weißen Bereich. Schultern schön tief, Ellenbogen leicht geruhigt. Nicht vergessen. Und auch während des Workouts, wenn wir rauskommen aus dem Wattel, bleibt euer Gewicht auf den Pedalen. Lehnt euch nicht auf den Lenker. Und unser Wump arbeitet praktisch kontinuierlich mit. Drücken und ziehen. Fokussiert euch nur auf euch. Es ist euer Training. Es ist dein Training. Visualisiere deine Ziele. Hör auf deinen Körper. Konzentrier dich auf dich. Tap, 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 tap. Wechseln die eins. Mach dich groß. Sehr, sehr gut. Da heißt es nicht, ja, bleibt hier. Bleib bei mir. Vier, drei, zwei, eins. Wechseln die zwei. Sehr, sehr gut. Wenn du dich für dieses Workout entschieden hast, dann saß du auf jeden Fall schon einige Male auf dem Wattel. Und du weißt, worauf du dich einlässt. Wir kommen in den zweiten Teil unseres Warm-Ups. Wir kommen in den blauen Bereich. Widerstand kommt dazu. Trittgeschwindigkeit steigt auf 100. Rauf geht's mit der Trittgeschwindigkeit. Und auch unsere Herzfrequenz steigt. Drücken und ziehen. Es wird schon anstrengender. Und ich sag's euch. Lasst euch mitnehmen vom Wies. Tapp, 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 tapp. Konzentrier dich auf dich. Auf dein Training. Runder Tritt. Drücken und ziehen. Gleichzeitig. Vier, drei, zwei, eins. Wechseln die Eins. Mach dich groß. Rumpf arbeitet mit. Rumpf. Rumpf. Sehr, sehr gut. Komm, bleib dran. Reiß dich ab. Vier, drei, zwei, eins. Wechseln die Zwei nach außen. Mach dich bereit. Wir holen uns gleich etwas Widerstand dazu. Wenn du noch Platz hast im blauen Bereich. Kommen wir auf Ende Blau. Achtung. In vier, drei, zwei, eins. Widerstand rein. Ende Blau. Zweiter Warm-up Zone. Bleib hier. Push and pull. Runder Tritt. Kraftvoll. Kontrolliert. Mega. Tap, 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 tap. Vier, drei, zwei, eins. Wechseln die Eins. Kurz ein Schluck trinken. Ab in den grünen Bereich. Wir fahren unseren ersten Berg. 60er Trittfrequenz. Es wird schon anstrengend. Grundlagenausdauer eins. Hol dir den Widerstand dazu. Wir bleiben zunächst sitzen. 60er Trittfrequenz. Dann kommen wir raus. Hol dir Widerstand. Achtung auf dein Herzbequenz. Ab in den grünen. Mach dich bereit zum Aufstehen. Vier, drei, zwei, eins. Ab in die drei. Drücken und ziehen. Gewicht auf den Pedalen. Rumpf arbeitet mit. Sehr, sehr geil. Tap, 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 tap. Sehr gut. Komm. Reiß dich ab. Kraftvolle Bewegungen. Sehr geil. Vier, drei, zwei, eins. Wechseln die zwei. Vier, drei, zwei, eins. Energetisch. Tap, 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 tap. Vier, drei, zwei, eins. Sitz dich. Ganz kurzes Stück im Sattel. Wenn du machst. Und noch Platz im Grün hast. Ruhe dir Widerstand dazu. Du schaffst das. Das ist dein Training. Bin mir sicher. Vier, drei, zwei, eins. Raus, rechnen die drei. Sehr geil. Tap, 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 tap. Drücken und ziehen. Bleib hier. Bleib bei mir. Vier, drei, vier, drei, zwei, eins. Wechseln die zwei. Wir sind gleich oben. Bleib hier. Reiß dich ab. Zug am Lenker schaffst du. Vier, drei, vier. Zwei, eins. Setz dich. Unsere Trittgeschwindigkeit klettert auf 62. Wir fahren unsere erste Runde Waves. In der drei. Und auch hier, wenn du Platz im Grün hast. Und Bock hast. Hol dir noch Widerstand dazu. Tap, tap, tap. Wir starten mit achter Waves. Wir kommen dann runter auf vierer und zweier und einer. Sehr geil. Mach dich bereit zum Aufstehen. Vier, drei, zwei, acht Uhr. Kommt vor. Fünf, sechs, sieben, acht. Rücken. Fünf, sechs, sieben, acht. Vor. Fünf, sechs, sieben, acht. Rücken. Wechsel auf vierer. Kommt vor. Sehr geil. Zug dein Lenker. Rücken. Fünf, sechs, sieben, acht. Einmal mehr. Wechsel auf zwei. Let's go. Kommt vor. Drücken und ziehen. Nutz deinen ganzen Körper. Nutz deinen Oberkörper. Zug am Lenker. Rundverweichert mit. Kontrollierter Bewegung. Vier, drei, zwei, eins. Zurück auf achter. Fünf, sechs, sieben, acht. Rück. Fünf, sechs, sieben, acht. Vor. Fünf, sechs, sieben, acht. Rück. Nutz deinen Fieber. Komm, ne, drei. Vor. Rück. Vor. Rück. Kommt vor. Rück. Vor. Letzt auf zwei. Let's go. Vor. 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 Wir haben eine Phase. Eine Whip. Achtung. Vier, drei, zwei, eins. Kannst du einfrieren dabei. Kontrolliert. Kommt, es tut weh. Bleibt dran. Noch acht. Vier, drei, zwei, eins. Sehr, sehr geil. Unsere Trittgeschwindigkeit. Klettert. Auf 98. Widerstand. Nur ein bisschen raus. Komm auf gelb. Wir fahren unsere erste Runde. Seed und uns standing flat. Haben eine Trittgeschwindigkeit. Und 98. 90. Macht euch bereit. Runde Nummer eins. Achtung. Vier, drei, zwei, eins. Let's go. Vier, drei, zwei, eins. Letzt in die drei. Noch acht. Vier, drei, zwei, zwei, eins. In die zwei. Sehr geil. Komm. Zieh durch. Bleib hier. Noch ein paar Meter. Schaffst du. Achtung. Vier, drei, zwei, eins. Sechs. Mega. Bleib dran. Kraftvoll. Energetisch. Vier, das. Ihr Lieben, wir haben noch eine Runde. Aus dem Sattel schaffen wir. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Mach dich bereit. Komm raus. Komm, bleib dran. Reiß dich ab. Vier, drei, zwei, eins. Ab in die drei. Zurück nach den Kraft. So, komm, zehn. Schaffst du. Vier, drei, zwei, eins. Komm in die zwei. Schaffst du. Bleib dran. Reiß dich ab. Bleib bei mir. Confidence. Sehr geil. Komm. Vier, drei, zwei, eins. Sitze ganz kurz. Reiß dich ab. Bleib bei 98. Bleib bei mir. Drücken und ziehen. Tap, tap, tap. Vier, drei, zwei, eins. Widerstand kommt dazu. Denn wir wollen im Geld bleiben. Wir fahren unsere nächste Runde. Jumps. Halbposition zwei. Rücken ist schon nicht kalt. Bei 66. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Vier, drei, zwei, eins. Achter. Tief, fünf, fünf, sechs, sieben, acht. Tief, fünf, sechs, sieben, acht. Hoch. Tief. Wechsel auf Vier, wechsel auf Vierer. Tief. 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 Wenn du magst, schläf über den Sattel. Du musst dich nicht hinsetzen. Hier sind wir bei den Profis. Schaffst du, kannst du. Glaub an dich. Zurück auf Achter. Komm hoch. Fünf, sechs, sieben, acht. Rück. Fünf, sechs, sieben, acht. Vor. Fünf, sechs, sieben, acht. Rück. Nächste zurück auf Vierer. Komm hoch. Tief. Zweier. Sehr geil. Komm ab Rund. Schaffst du, kannst du. Mega. Drücken und ziehen. Zug am Lenker. Achtung. Vier, drei, zwei, eins. Zurück auf Vierer. Rück. Vor. Komm rück. Vor. Rück. Sehr geil. Bleib dran. Komm schon. Schaffst du. Vier, drei, zwei, eins. Und auf Zweier. Mega. Komm. Bleib dran. Schaffst du. Vier, drei, zwei, eins. Achter. Fünf, sechs, sieben, acht. Komm hoch. Hoch. Fünf, sechs, sieben, acht. Tief. Fünf, sechs, sieben, acht. Hoch. Zurück auf Vierer. Ein letztes Mal. Komm rück. Glück geschafft. Du siehst es. Komm. Reif dich auf. Bleib dran. Bleib bei mir. Auch wenn es weh tut. Komm. Gerne Bereich. Sehr, sehr geil. Kommt sie durch. Egal wie warm, wie kalt, wie lange du geschlafen hast, wenn du dich jetzt gut fühlst. Bleib dran, bleib mir. Tu es für dich. Komm. Und zurück in den Sattel. Wenn du magst, trink einen Schluck. Wir bleiben auf gelb. Halbzeit. Wahnsinn. Wir haben eine Rückgeschwindigkeit von 65. Es wird schneller. Und wir kommen gleich raus aus dem Sattel. Widerstand dazu. Komm. Mitte in the game. Das tut sich. Vier. Drei. Zwei. Eins. Raus in die Zwei. Reih nach kurz ein. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Locker. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wechseln die Drei. Auszure. Komm da. Bleib dran. Drücken und ziehen. Kaputt. Tapp. 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 Geh gleich um. Konzentrier dich. Auf dich. Fokussier dich auf deinem Training. Werde nochmal fest. Noch acht. Sieben. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Eins. Locker. Vier. Drei. Zwei. Eins. Letzt in die Zwei. Und zurück in die Drei. Kommt und das zieht. Es brennt. Bleib bei mir. Komm. Drücken und ziehen. Zuge einen Lenker. Dein ganzer Körper arbeitet. Sechs. Sehr, sehr geil. Reif nicht ab. Lass dich nicht mehr ins Unbeet. Vier. Zwei. Zwei. Eins. Ab in die Zwei. Bleib geschafft. Du siehst es. Mega. Komm. Vier. Drei. Zwei. Eins. Setz dich. Widerstand kommt zurück. Auf grün. Und wir fahren zweimal in unserem Maximalwiderstand. Jetzt gerade bleiben wir auf grün. Und dann kommst du hoch auf gut. Die Zwei Phasen aus dem Sattel. Das heißt, du holst dir deinen Maximalwiderstand rein. Und kommst mit mir raus. Und tunst, was du kannst. Und was sich für dich gut anfühlt. Ganz wichtig. Achte auf dich. Achte auf dein Herz. Es geht in diesem Training nicht um mich. Um irgendwas, was ich sage. Sondern um dich. Wie du dich fühlst. Und wenn du dich sagst, du fühlst dich gut. Dann bleib bei mir. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ab auf gut. Und kommen die Drei. Tap. 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 Trennst Schindlichkeit. Bei 75. Durst nun ziehen. Kaff voll. Push, push, push. Komm. Reiß mich ab. Bleib hier. Mega. Du kannst so stolzhaftig sein. Auf das, was deinen Körper leistet. Für dich. Vier. Drei. Zwei. Eins. Kommen die Zwei. Setz dich zurück aufs Grün. Nur ein bisschen raus. Atme durch. Und das Ganze machen wir noch einmal. Schaffen wir. Bleib bei mir. Mach dich bereit. Nummer zwei. Warte auf uns. Awesome. Du weißt das. Die Spannung wird aufgebaut. Oh mein Gott. Achtung. Vier. Drei. Zwei. Eins. Rein. Komm in die Drei. Drück und ziehen. Konzuliert. Nutz deinen Oberkörper. Kraftvoll. Sehr geil. Bleib hier. Tap. 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 Mega gut. Wow. Was du schaffst. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Komm. 15 Sekunden noch. Bleib dran. Wir sind gleich da. Gleich geschafft. Zieh durch. Bleib hier. Vier. Drei. Zwei. Eins. Setz dich zurück aufs Grün. Widerstand hoch. Wir kommen an einen extremen Steinberg. Wir haben eine Trittgeschwindigkeit von 55. Komm auf gelb. Widerstand hoch. Trittgeschwindigkeit runter. Wir kommen zum Schluss aufrund. Komm an. Tap. 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 Wir bleiben erst sitzen. Drücken und ziehen. Kraftvoll. Vorletzte Belastung. Wahnsinn. Komm. Raus. In die drei. Drücken und ziehen. Komm. Schalten tief. Vier. Drei. Zwei. Wechseln die zwei. Zurück am Lenker. Nutz deinen ganzen Körper. Vier. Drei. Zwei. Eins. Setz dich. Und das nächste Mal, wenn wir rauskommen, holst du dir maximal den Überstand rein. Vorletzter Zoom. Letzter Berg. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wechseln die zwei. Wenn du noch nicht da bist. Mach dich bereit. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ab auf Rot und komm raus. Ab in die drei. Komm. Drücken und ziehen. Bleib hier. Du siehst das Ziel. Bleib dran. Gäst schielen. Vier. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Zurück am Monat. Und die drei. Die letzten Meter. Kommt sie durch. Zub an Lenker. Zurück an den Pedalen. Komm. Vier, drei, zwei, eins. Die letzten Meter. Vier. Vier, drei, zwei, eins. Wieder stand auf blau. Wir fahren zwei Sprints. Neul ist zu blöd. Egal. Zweimal mehr. Zweimal drei, vier Sekunden. Handball zu den Zwei. Okay, du hörst das. Maximale Treffer 5. Vier, drei, zwei, eins. Go. Handball. Und raus. Und raus. Einmal mehr. Einmal mehr. Zieh durch. Feel like a badass. Cause you are. Wenn du das jetzt durchgehalten hast. Waben. Einmal mehr. Du hörst es. Drei Sekunden. Drei Sekunden. Achtung. Vier, drei, zwei, eins. Let's go. Halbzeit. Zieh. Und raus. Komm zurück auf blau. Atme durch. Wow. Wahnsinn. Ihr Lieben, wir sind im Cooldown. Rauf in den weißen, rein in den weißen Bereich. Zweieinhalb Minuten. Atme durch. Auf euch. Ja. Ich bin kurz weitergegangen. Okay. Ich bin wieder. Ich wollte euch auch noch ein bisschen frei verletzion. Wie ihr euch jetzt wohl fühlt, etwas wie der Stand ist drin, wir haben eine Trittgeschwindigkeit von 88, Schultern schön tief, Ellenbogen hier leicht gebeugt, nicht versteifen, ganz entspannt, atmen weiter, tief ein und aus. Da ist jetzt abends an Laktat angesammelt, nutzt das gut und fahrt gerne danach noch etwas länger. Auch dieser Part vom Workout ist so, so wichtig. Tag, 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 noch ein paar Meter, vier, drei, zwei, eins, noch mal der Widerstand raus, ganz, ganz wenig ist drin, kontrolliert eure Herzfrequenz, runter. Zurück auf 50, 55 Prozent, eure Maxinein-Herzfrequenz. Und wenn ihr jetzt sagt, euch gefällt unsere Arbeit, vergesst auf jeden Fall nicht den Kanal zu abonnieren. Läute die Glocke, dann verpasst ihr keine zukünftigen Workouts. Und Release. Wenn ihr euch jetzt nicht like a badass fühlt, dann weiß ich es auch nicht. Ihr könnt so stolz auf euch sein, wenn ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf euch und ich finde, wir haben das heute richtig gerockt. Das hat mega Bock gemacht und ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt genauso ausgepowert und gut wie ich. Und wenn ihr sagt, ihr mögt unsere Arbeit, dann abonniert noch fix den Kanal. Das ist nur ein kleiner Klick und es hilft uns wirklich extrem. Läutet die Glocke, dann verpasst ihr keine zukünftigen Workouts mehr. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch finanziell unterstützen, indem ihr entweder auf den Superthings-Button unter dem Video klickt oder uns gerne auch per PayPal finanziell unterstützen. Alles weitere findet ihr, wie zu Beginn gesagt, in der Videobeschreibung. Und jetzt danke ich euch wirklich von Herzen, dass ihr der Cycling-Sofie-Community beigetreten seid, wo Indoor-Cycling zu Hause ist. Und ich freue mich auf das nächste Workout mit euch. Bis dahin.